Wir sind hier im Tannheimer Tal und hier über uns befindet sich der Gimpel. Wir werden diesen über die Südostwand besteigen bzw. beklettern. Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir auf dem Gipfel mit einigen Seilschaften um uns rum. Ja, war eine schöne Tour. Wir stimmen dir ein Loblied an.